So, Word of Warships mit Kevin! Mal wieder. Hallo! Okay, Maga Goa. Gefällt mir schon mal nicht, dass er da rumhängt. Ja, Katsuki ist auch noch mit dabei. Ja, reintotisch. Warum? Wo will denn unser Georgia jetzt hin? Ich weiß nicht mal, wo ich hin will. Ja, soll sie auch nicht. Ich würde gerne radaren. Ist das eine gute Idee gerade? Ich weiß es nicht. Oder wenn du die Fiji aufmachen kannst? Schießen. Oh, no! Fahr zurück, Schiff! Fahr zurück! Ich will ballern! Fuck, ich wollte eigentlich gerade anmachen. Scheiße. Oh, das hat zu früh geballert. Bin offen. Werden wir dazu? Nein, nein, ich sehe die Fiji nicht. Der scheint nicht mehr, dass ein Mux ist. Doch, da ist er. Fiji, zeig dich. Fiji. Dann, geh! Das war ich. Hey, hau ab hier! Es tut mir leid. Hick mich nicht aus mit Lebel, nein! Aber die Smokers sind mit Quirn. Oh, schön. Oh, da ist die Friedrich, ey. Scheiße. Ja, okay, werde aufgelenkt. Fuck, damit hätte ich irgendwie rechnen sollen. Hau ab! Ich fahr in die falsche Richtung! Kannst du mal aufhören, mich in die Torpedos reinzuräumen? Scheiße, ich fresse einen. Wie viel Reichweite haben die Torpedos? Wenn du Glück hast, nicht genug. Ja, gut, das waren sieben da. Ich dachte gerade so, ne, äh, sieben, äh, soll ich nicht genug haben. Okay, da ist ein Ding. Oh, ich schiesse da jetzt nicht drauf. Ja, gönn dir, ne? Da ist ein Zerstörer vor dir. Bin dabei. Bist du auf der Torpedos auf? Das ist doch weg, man. Da muss der Friedrich dann glauben. Ja, Friedrich soll ich einfach schon Toten. Mmm, lecker. Ey, was macht die nun, der deine Mitte? Lol. Der deckt sich still. Oh, da ist noch ein DD drin. Peter Kase in W. Festgelegtes Ziel konzentrieren. Ah, mein Smog ist zu Ende. Muss ich ja mal eh meinen Türme drehen, ey. Gegnerischen Zerstörer eindeckt. Gegnerischen Kreuzer eindeckt. Ja, der fährt ein Weißgeld durch die Mitte, der Penner. What the fuck? Oh, ich hab dich gut getroffen. Scheiße, hat er gebremst? Die hat er gebremst. Der kommt jetzt voll in die Flanke rein. Hä, WTF? Okay, das ist doch nicht mal Balls, dass er das eiskalt macht, ey. Der Kase ist doch auch. Ja, wollen wir mal pushen jetzt hier langsam? Ne, da ist ne Iowa. So, George, er ist da. Wo sind denn unsere ganzen Mates? Wie, was macht die Buffalo da am Arsch der Welt? Oh, ja, okay. Ich guck auf sein Leben und ich weiß jetzt schon Bescheid. Ähm, ich frag mal da mal gar nichts mehr. Ich muss halt so weit vorhalten, dass ich die Mogador schon gar nicht mehr sehe. Das ist natürlich genial. Ja, die ist halt scheiße schnell, die Kacke, ne? Ja. Das größere Problem ist, dass meine Schüsse langsam sind. Ja, ne Kampf gegen den Boy ist das keine gute Idee. Du wollt ihr euch noch lange verstimmen? Wie meinten der? Oh, ja. Kommst du mit mir rein in die Mitte? Ja, ich will gerade hinten die Runacht werden. Wieder kommt noch einer gepusht. Noch ne Run, ja? Ja, der ist tot. Haha, lol. Das ist wieder der Kase lebt noch. Ich lad mal auf HE. Und fahr da mal hier schön nach links rein. Ja, genau das habe ich erwartet. Da ist eine Kinakase. Hallöchen! Weil dann ist die Akatsuki mit den dicksten Eiern dieses, die auf dieser Welt in den Weh reingefahren? Jo. Tatsache. Null und er hat kein Tarnung geskillt. Kommt zu Daddy. Ah, scheiße. Ich habe ja gar keine Torpedos. Ach man, das ist jetzt scheiße. Ja, Akatsuki. Dann nebel dich mal ein in meiner Hydro-Range. Hoffel. Alter, die hat ja Eier aus Stahl gehabt, ne? Problem gelöst! Die Akatsuki, alter? Ja, Problem! Als Loftier eiskalt durch die Mitte? Ich hätte grad irgendwie Torpedos gerne. Yes, Run, brenne! Close Quarters, yeah! Ich habe schon seit 10 Minuten aufgehört zu schießen, das kommt immer noch Schüsse an. Oh! Hallöchen, Schnucki! Nein! Oh mein Gott, meine Türme! Oh, ich bin tot. Scheiße, ey! Ich war so langsam und fett und träger, aber ich habe noch was reingedrückt. Ist ja auch eine richtige, witzige Runde gerade, irgendwie. Guck mal, mal eine Hune Suicide angepusht, dann kommt man ein anderer hinterher. Interessant, ich nenne dich so. Hä, äh, okay. Hä, äh, äh, okay. Da runter? So, Buffalo! Wo ist ein anderer Buffalo? Die... Oh, 125 HP, ja moin! Dort ist aber auch noch genug, um zu leben, wie ich ja mein. Die können aber reinfahren und tanken, was ist los? Los! User, join your channel! Hallo! Hallöchen! Und, was macht ihr, Boys? W-O-W-S, was ist los, Alter? Hast du Bock mitzumachen? Nee, müsste ich jetzt wieder runterladen. Ah, ja, okay. Irgendwie habe ich aber auch noch ein 30 Gigabyte Update von, äh, Warhammer, äh, Toto Warhammer 2. Und daher... Warte, von 8 Gigabyte oder 80? Nein, 30. Ach, 30, ja, gut. 50? 50? 100, ah, moin! Da hast du ja auch so viel AP. Mit der würde ich jetzt ein 1 gegen 1 eingehen, zum Beispiel, ne? Das wäre jetzt nicht so das Problem. Ja, wow. Aber ich... Ich habe jetzt auch mal hier... Komm, wenn die Akatsuki Balls of Steel hat, dann habe ich jetzt auch welche. Ab geht's, Ayoba, komm ran, Junge. Du hast ja nicht mal Torpedos, Mann. Egal. Die Balle ich runter. Von 40 Sekunden wieder Smoke. Dann... Na... 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 5 Sekunden wieder Nebel. Sie fährt von mir weg, kann also nur einen Turm auf mich nutzen. Du hast 4 Sekunden wieder Smoke und in 5 Sekunden wieder Nebel. Äh, ich habe wieder Smoke und 25 jetzt wieder Nebel. Wollte ich aber gar nicht. Äh, rechts von dir ist noch eine Synop, wenn das sich interessiert oder so. Nö. Also, ich bin undetektiv übrigens. Nö. Nö. Ich bin aber nicht mehr lange. Ich weiß nicht, ist noch eine negative Sache an diesem Schiff, finde ich einfach extremst krass, dass er keine Torpedos hat, Mann. Finde ich gar nicht so schlimm. Warum nicht? Ah, ich bin auch fan. Er kann drücken jetzt? Das Gefühl hat er gleich übelst eine neue Eindrücke in die Sinne. Ich glaube, der kommt gleich und macht dich kalt. Ach, lol. Du hast Heido mit dem Schiff? Loll. Ja, klar. Okay. Oh, Buffalo. Da hat er recht reingesteckt, du. Unterstützer! So, hinter dir, ne? AP und dann geht's noch ab. Also, auf die Seite. Ob deine Tüme 160 Grad drehen können, ey. Ja. Lol. Hey, AP? Junge, du hast eine Breitseite. Ich bin doch dabei, umzuladen. Lol, er sieht dich. Offen. Nicht offen. Ja, gut. Ja, ja, schon ist das Gefecht. Ja, ja, schon ist das Gefecht. Ja, 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 schon ist das Gefecht. Ja, 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 schon ist das Gefecht. Ja, 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 ja. Das ist eine gute Runde. Ja, ja, komm. Alles okay, alles super, alles. Oh, in Drogen. Da haben wir natürlich die ersten beiden wieder. Angeber. Standard. Ich hab's gedacht und jetzt ausgesprochen, finde ich irgendwie witzig. Bananen-Krumpiker, also der Schorsch war ich da auch geil am Start, muss ich sagen. Ja, hab ich genug. Als Lauf-Tier und am dritten Platz, aus 1.500 Welt, auch kann man nur. Okay. Kevin macht's aber grad Abgang mit seinem Internet. Hä? Schon bin ich verstanden. Oder bin ich jetzt mit meinem scheiß Internet? Ah, ne, ne, ne. Also, bei WM. Ja, keine Ahnung. Ähm, das war's mit dir, das Runde. WMWR-S, bis zum nächsten Mal und, äh, tschüss. Hä, wirst du auf? Ja. Okay, ich versteh fast gar nichts mehr. Oh, jetzt hör ich aber wieder. Flüssig. Na ja, egal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.